Dieses hier angeboten vollständig renovierte 4-Zimmer-Einfamilienhaus ist ab sofort zur Miete frei. Es befindet sich in Potsdam-Jäger-Vorstadt. 1863 wurde dieses ein Etagenhaus erbaut. Das Haus verfügt über zwei Außenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von 143 Quadratmetern. Die monatliche Gesamtmiete des Objekts beträgt 2.759 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.